Musik Mein Name ist Matthias Setzer. Ich bin bei PayPal verantwortlich für das Business Development und die Großkunden- und Partnerintegration und stellvertretend für den gesamten Geschäftskundenbereich und seit viereinhalb Jahren im Unternehmen und heute sehr froh, hier in München zu sein. Inwiefern ist PayPal oder eine elektronische Zahlungsmöglichkeit für den Online-Handel wichtig? Wir glauben, dass wir hier einen Mehrwert stiften, weil wir für Konsumenten es einfacher und vor allen Dingen auch sicherer machen. Die können uns schneller zahlen, einfacher zahlen und damit letztlich für den Händler wiederum einen großen Mehrwert generieren, weil wenn seine Konsumenten das Gefühl haben, sie können sicher und einfach bezahlen, können die sich auf die Auswahl der Waren und auf den Einkaufern sich konzentrieren und das sorgt für mehr Umsatz beim Händler. Was glauben Sie, können Sie als PayPal 2008 mitnehmen? Also wir freuen uns hier und hatten auch schon spannende Gespräche mit sowohl Händlern als auch dem einen oder anderen potenziellen Partner von uns und als solches ist es für uns eine, ich würde mal sagen, kleine, feine Veranstaltung, die uns mit einem relevanten Publikum zusammenbringt. Die Firma PayPal gibt es inzwischen seit zehn Jahren. Wie entwickelt sich der Gesamtumsatz des Unternehmens? Also wir freuen uns über ganz hervorragendes Wachstum. Das ist wirklich eine sehr angenehme Situation, muss man auch ganz ehrlich zugeben, gerade in heutigen Zeiten. Wir haben 2007 47 Milliarden Dollar weltweit abgewickelt an Gesamtzahlungsvolumen. Das sind fast zehn Prozent des gesamten weltweiten E-Commerce. Etwas plastischer formuliert, das sind mehr Transaktionen, als es eine große Computerbörse wie die Nasdaq macht oder es heißt eben auch andersrum übersetzt, fast 2000 Dollar pro Sekunde. Also jede Sekunde laufen bei uns knapp 2000 Dollar durchs System. Wie wichtig ist Europa bzw. Deutschland für PayPal? Sehr wichtig. Also wir sind hier in Europa auch schon seit Jahren vertreten. 44 Prozent des gesamten Umsatzes finden außerhalb der USA statt. Wir haben in Europa hier eine Banklizenz seit 2007. Wir haben eine große Organisation hier. Wir sind in Deutschland seit Jahren vertreten mit einer größeren Organisation. Wir haben eine deutsche Lastschrift integriert. Wir haben ein Chirupper integriert. Und auch wir glauben fest an den Standort Deutschland. Wir bauen hier weiter aus. Wir stellen Mitarbeiter ein. Und wir sehen noch große Chancen im E-Commerce. Deutschland ist hier schon in der Nutzung an Europa mindestens auf dem vierten Platz. Und wir gehen davon aus, dass es dann noch ein, zwei Plätze weiter nach vorne geht und freuen uns über einen starken Wachstumsmarkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.